Das war ja hunderter PC, Freunde. Let's go. APG OP. APG absolut OP. Aber er hat gechokt. Jaaa. Alter, hier sind drei Kopfgeldaufenträger. In Ordnung. Stupid fucking... Jaaa. Er ist so sauer. Das sind so Wind-Sounds. Ich habe Angst. Fuck, hier ist jemand. War der das aber? Den habe ich noch nicht gesehen. Das ist so nervig. Es ist so nervig. Man kann nirgends hochklettern. Das ist der Beste. Er hat einfach damit gerechnet, dass er jetzt hochklettert, Digga. Die fucking kidding me. Ja, ich habe es selbst gesehen, buddy. Hast recht. Belasto. Alter, hier sind zwei. Okay. Der Typ nervt. Chat, er nervt. Er ist so nervig. Brutal. Geisteskrank. Was ein Sweaty der Typ ist, Alter. Das ist krank. Na bitte. Ich gehe hoch zu dem Shop gehen, mich ausrüsten und wieder back home. Cep rebellion. Das Gas kommt näher. Die neue Sicherheitszone wird markiert. der spielt geist ich hätte ihn umfahren müssen das verkraft mich ab wo ist der abfucker das frage ich mich dieser ultra tryer der war doch auch hier ist der tot oder durchgezogen und wir können gleich dinge pushen gehen pass auf viele spielen auch die hd ja auch gute spieler fühlen die mehr aber ich glaube das ist personal dinge da personal prefer kann man das so sagen das war der nicht chat ok ist der chillt einfach drin das gas breitet sich aus ne 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 so nicht gotcha gut gemacht ja meiner das kopfgeld ziel wurde ausgeschaltet gut gemacht das gas breitet sich aus wie will er das moven jetzt schade er hält mich vom kill ab unirre pech gehabt so schnell kann es gehen meister und er hat mich jetzt von dem kill hier abgehalten maybe not maybe not maybe not shit maybe hat er mich nicht davon abgehalten mit und dann treibstoff aufgebraucht rückgärm zum auftanken k k ah das war ein bisschen pp was ich ja gemacht hab ich hab einen da auf dem sniper turm knockt aber nicht killed so nicht kollegische schnüschel jetzt gern anders probieren aber nicht so ok aber geht trotzdem grad nicht so gut weil keine streaks mehr na gut der hat mir jetzt ein bisschen was ermöglicht der kollege ok i hope das gas breitet sich aus sicherheitszone verlegt gasi jawollow der hat so ne baba position da oben ne das fragt ja so mies ab ne er hat ihn nicht erwischt gefällt mir nicht gefällt mir nicht ich werd es nicht gewinnen wahrscheinlich die runde wer da positioning high hat hat gewonnen einfach lol und der rest ist da einfach megamäßig offen ekelhaft absolut aids den händler krieg ich auch nicht mehr scheiße ich hätt vorher hingehen müssen fuck the actual fuck von wo na bitte das 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 gas Du verlierst deinen Boden. Das Gas kommt näher, neue Sicherheitszone wird markiert. Du musst diesen Mistkerl fertig machen. Ich habe keine Wahl, Schatz. Ich wünsche mir Glück. Das wird's ernst. 20 POP! Let's go! Let's fucking go! 21 kills Mois! Digga war das auf Plate! Let's go! Richtig gut, Alter! Richtig lang gewartet, Alter! Hätte ich... Aber hätte ich ganz viel Pech gehabt, wären da oben bei der Dings zwei Claymores gewesen, dann wäre ich halt tot. Aber ich dachte mir, ich gehe so late da hoch, dass er gar nicht mehr rechnet, dass jemand den Fahrstuhl benutzt, weil es im Gas drin ist. Aber... So nicht! Freunde, so nicht! 21! Let's go! So... So...